Was geht euch hier? Was? Was geht euch hier? Aufräumen, wir haben Stress. Wir haben nächste Woche noch eine kleine Festivität. Ja, völlig los, völlig los. Feierabend. Ja, völlig los. 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 Ja, Things. Ja, völligoliado. Alles in Power! Albehol schmeckt heute ab, extrem lecker, muss ich nur sagen. Und zwar, das war mein Gebot. Der ist so dicht. Zuhause... Zuhause!